Samson? Samson, die Snuts? Wow! All stats up! Pfft, 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 pfft! Jo, Chat, wir gehen zu Beast! Let's go! Abfahrt! Gnotleaf! Wir brauchen Gnotleaf! Mein letzter Beast Kill war mit Gnotleaf, während wir Rosinen geschaut haben. Zu wenig! Gib mir mehr! Nice erstatt! Nice erstatt! Yeah! Isaac gibt und Isaac nimmt! Ich hasse Isaac! Mental Breakdown! Alles gut, Chat, alles gut! Das war nur gespielt! Ich hab keinen Mental Breakdown! Alles gut! Mir geht's gut! Mir geht's blendend! Ich bin ziemlich sicher, ja! Schon allein, weil ich jetzt nicht mehr auf Geschwindigkeit spielen muss, sondern mir Zeit lassen kann! Kann entspannen kann! Mal kurz in den Chat gucken kann! Hey, Chat! Wie geht's? Heute schon scheiße gefressen! Heute schon scheiße gefressen! Ist schön geschlafen! Ach, schlafen ist bei mir immer gut! Im Hause Kijai wird immer gut geschlafen! Gekackt! War heute ein bisschen weicher, aber... War gut! Gamba! 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 So, letzte Gamba für heute! Also, letzter Isaac Gamba! Danach gehen wir in Isaac rein! In Isaac, genau! Wir gehen in Frank! In Isaac Rosin rein! Chat! Vielleicht beim nächsten Mal bei Isaac nicht eine typische Gamba, sondern Isaac Bingo! Das war mein Devil Deal! Da ist irgendwas geplatzt! Irgendwas platzt da die ganze Zeit, Chat! Also, halt mal eine Gamba, die halt über mehrere Runs geht, weil wir dann so ein Bingo machen! Dann ist sowas drin wie... Kegi spielt Scheiße! Okay, fertig! Bingo gewonnen! Was ist da vorhin die ganze Zeit geplatzt? Das ist mein Baby? Wie? Dass die ganze Zeit irgendeine komische Scheiße schießt, die explodiert? Kegi will Isaac abbrechen! Oh, das war eine Bombe! Ente! Ich habe heute mega viele Enten im Park gesehen! Und? Hast du an uns gedacht? Und unsere Bingos? Ja, klar! Ich muss auch immer, wenn ich irgendwo scheiß Enten sehe oder lese, ich muss immer an Bingo denken! Homing Shot! So, ich habe eine Bombe! Was geht denn jetzt hier ab? Und jetzt kommt noch eine Bibliothek! Endlich Bücher lesen! Aber leider zu wenig Bücher! Ähm... Ja, wir können theoretisch mit ein paar Devil Deal Items sammeln, ne? Mit dem Buch! Well! Jetzt können Spieler aber richtig, ja! Muss ja auch mal langsam kommen hier! Ich habe heute nur Runs mit Scheiß Items gehabt! Wird langsam Zeit! Dass ich auch mal belohnt werde! Für meine Mühen! Ohhhh! Proptosis nehme ich mit, oder? Ich bereue immer, wenn ich Proptosis mitnehme! Oder ist das Worth mit, ähm... Mit Homing Shot! Ja, wir wollen zu Beast, ne? Bei Beast Proptosis glaube ich nicht ganz so schlecht! Aber ne, ich darf es mir nicht schönreden! Ich habe geschworen, nie wieder Proptosis mitzunehmen! Außer ich bin sowas wie, ähm... Der Knochenmann oder so! Oh, falsche Taste! Bad PhD! Maser! Maser! Get everything Baser! Bad PhD Chat! Nehmen wir Bad PhD mit! Ich lasse es mal liegen! Skaliert der Huso mit! Äh... Dogma und Beast! Skalieren die mit? Ne, ne? Ist auch ein guter Boss, ne? Stimmt, da war ja was! Vergesse immer, dass Isaac auch gute Bosse hat! Nach Rebirth! Mit Messer musst du jetzt Proptosis mitnehmen! Weiß nicht! Dann kann ich das Messer halt nicht so weit werfen! Und der Homing-Effekt wird dann nicht so geil reinkicken! Mutter-Transformation! Okay, jetzt schon! Ich habe Lippenstift! Okay, Messer und Tanga! Ne, ich bin auch nicht für Proptosis, ich bin auch gegen Proptosis! Wie unangenehm ist Proptosis im echten Leben, Chat? Ist eine sehr schlimme Krankheit! Sehr! Bissel! Kann man daran erblinden? Und wie heißt die Krankheit auf Deutsch? Unbehandelt, ja, okay! Glubschauge heißt es im Deutschen! Das ist der medizinische Begriff, Glubschauge? Das ist ein Schalentier! Oh nein! Was denkst du? Keine Ahnung! Ich habe gar nicht gedacht! Okay! Junge, wie Scheiße! Hier? Ich sollte Wasser trinken! Wie ist heute so quirk? Quirk? Ja, Bad Peach, die lohnt sich glaube ich nicht, oder Chat? Ist ja eh ein kurzer Run! Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ich kann kein Breakfest mitnehmen. Kann man? Nee, ist schon zu spät. Ich kann kein Breakfest nicht mitnehmen, ne? Launch, lunch oder wie das heißt. Was ist hier noch für ein Schlüssel? Moment. Jetzt wird gemampft! Hapa, hapa in meinen Magen rein, Alter! Binge-Eating! Lügen! Ja, weil der Run ist eh nicht so lang. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Pillen bekommen, dass es sich, glaube ich, lohnt. Lassen wir liegen. Und ich hoffe auf maybe eine Full-Health-Pille oder so. Friends till the end! Jo, ich habe Midna dabei! Da ist Midna aus Zelda Twilight Princess of the Christ. Ist das erlaubt? Wie es aussieht, hat Nintendo nicht gesuit. Vielleicht gibt es das nur, weil es Isaac auf Nintendo-Konsolen gibt. Vielleicht nur deshalb. Ey! 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 Wir brauchen jetzt die Wolfsverwandlung. Ey! 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 Lüge! Rechts oder links, Chat? Schnell. Der erste entscheidet. Links. Das ist ein gutes Item. Das ist ein defensives, gutes Item. Das ist eine nachvoll stumble! Ich hab keine Bomben. Keine Bomben. Kein Bomben. Da ist eine Batterie für ein weiteres schwarzes Herz. Juhu. Chillung. Justice. Wow, wow. Chillung. Ich hole mir die Batterie. Warum nicht auf dem Rückweg? Was willst du auf dem Rückweg, Alter? Apropos Rückweg, ich muss noch irgendwo ein Trinket liegen lassen. Du musst mit mir in vollen Sätzen reden, ich bin dumm. Du musst das komplett erklären. Stück für Stück, Wort für Wort, ganz langsam. Ja, bringt nichts, ne? Ich habe eine Bombe. Mit etwas Glück ist der Raum direkt hier unten. Das Item erst auf dem Rückweg mitnehmen, weil du dann sehen kannst, was du bekommst. Ach, das meinst du. Ja, ist ja egal. Ich habe jetzt Humpty bekommen. Das ist ein gutes Item. Ja, ich vergesse immer die Mechanik, dass die existiert. Boah, lass abhauen. Ist geil, ne? Wie ich Binge-Eating extra geholt habe und dann halt immer schön das Buch benutze, damit ich beim Boss bloß kein HP abbekomme. Sondern die ganze Zeit irgendwelche Devil-Delight-Items. Die A-Kick. Ey! Moment, Chat. Jetzt habe ich in der Mami-Ebene das Buch benutzt. Ne, das ist noch nicht die Mami. Was, wenn ich in der Mami-Ebene das Buch benutze? Kriege ich keinen Polaroid? Doch, okay. Hallo, King. Yo, Creamy. Was geht ab, Mann? Danke für neue 13 Monate. Und grüß dich! Drei Bomben. Ja komm, wir gehen zu Gäste. Okay, ich hätte vielleicht erst die Bombe reinwerfen sollen, ne? Hat sich gelohnt. Gott-Gamer. Einfach Gott-Gamer. Kann ich noch irgendwas Geiles bekommen, was bei Dragon's Dogman komplett free macht und ich muss sie nicht spielen oder so? Dass es dann von alleine funktioniert. Irgendwie so eine Mimik-Tier oder so. Big Muddy. Boah, Mimik-Tier bei Isaac, ey. Das wäre geil, oder? Dass das nicht gibt, ne? Es gibt einfach alles an Items in diesem Drecks-Game, ne? Aber keine Mimik. Also für einen Raum, dass du irgendwie dich selbst mimikst oder so. Ich bin noch nicht in der Mame-Ebene. Das ist halt, du hast, für einen Raum verdoppelst du dich und der funktioniert dann halt wie so eine KI. Der die ganze Zeit rumrennt und angreift. Mimik-Tier ist Jakob und Huso. Ne, das ist ja, das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes. Das ist ja scheiße. Ja. Das ist ja scheiße. Ich nehme das HP ab. Oder? Wenn ich das HP abnehme, dann haben wir den Bench-Ething-Effekt und dann können wir durch die nächste Ebene durchbriesen und würden nicht wirklich irgendwas verlieren. Dark Boom lohnt sich halt nicht mehr. Ich habe den Goldraum noch gar nicht gefunden. Lilski. Big Muddy eigentlich Facebook? Dieser Bastard. Die Briefkarte kann er selber bezahlen. Ich bin ein Bastard. So was gibt es in Risk of Rain. Ja, dann heirate doch deinen Risk of Rain. Tue ich auch, okay. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Chat, wenn Videospiele Menschen wären, welches Videospiel würdet ihr heiraten? Ich weiß nicht. Eine Personifikation von Dark Souls ist, glaube ich, kein Mensch, den du irgendwie was mit ihm zu tun haben möchtest, glaube ich. G-Section! G-Section! Wäre, glaube ich, nicht so geil. Nee. Es muss ja irgendwas Schönes, Tolles, Positives sein. Animal Crossing? Ja, das ist ja eine langweilige Beziehung. Ja, du kriegst, wenn du mit einer Animal Crossing zusammen bist, dann hast du von der Beziehung nur 15 Minuten am Tag was. Hahahaha. Hahaha. Hahaha. Außer du spulst die Zeit vor. Spuck. Wieso bei, wieso bei so vielen Themen wird immer alles irgendwie Richtung Furry gedreht? Eine Minute hat es gedauert, schon lese ich irgendwas von Furrys im Chat. Die scheiß Freaks. Falls ihr Celeste noch nicht gekauft habt. Celeste wird 2 Euro gerade im Angebot. Journey Vegan wäre mega. Vega das Kack-Game, weil ganze Spielprinzip fremde Leute treffen ist. Brutal Legend. Brutal Legend. Heirate Fat Harvest Moon. Wo ein Spiel, das ich heiraten würde. Ich wollte jetzt aufs Joke Final Fantasy 9 sagen, aber das wäre so, als würde ich jetzt einfach im Stream einen Heiratsantrag machen. Ähm. Hm. Welches Spiel ist... Oh, Buch. Buch, dritte Buch, Chat. Vogel Kack z pregunta, derivante schriften datasets. customization. Forts萌ne, Alter. Schwierig, ne. Forts ex refreshing Core Yum. Ja, und die werden mir, glaube ich, zu schnell. Liebe Nie-Automata. Ja, bei Nie-Automata geht es um Apokalypse. Eine apokalyptische Partnerin. Chat, wenn ihr den Totenkopf mit dem Kreuz seht, schreit. Und, genau, Nie-Spieler sind immer eine Tragödie. Denn Beziehung wird wie eine Tragödie enden. Aber Bubis. Äh, Frauen haben generell alle Bubis. Das ist so eines der Merkmale von Frauen. Die gibt es nicht nur bei Nie-Automata. Junge, Triple Shot. Erzähl mir mehr über Frauen. Habt ihr schon den Totenkopf gesehen, Chat? Und ich darf nicht vergessen, gleich beim Boss mein Trinket liegen zu lassen. Frauen, interessantes Konzept. Ein interessantes Spezies, dieses... F-R-A-U... Ich heirate Worms. Wieso Worms? Oh mein Gotti! F-R-A-U... 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 Football Manager. Also sie wird sich auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Fußball auskennen. F-R-A-U... Ich heirate Grandia, Chat. Yeah. Das ist ein sehr positives, abenteuerliches, sehr schönes Spiel. Auf jeden Fall eins. Zwei, Junge, Zwei ist Horror. Und dann weinst du. Nein, ich weine nicht. Ich bleib stark. Ach, scheiße, falsch. Was mit 3? 3 hat ein cooles Opening, aber ansonsten kann ich mich an gar nichts erinnern. Außer, dass es... Das schlechteste war von den dreien. Kennt ihr das Opening von Grandia 3, Chat? Das ist ein Banger. Grandia 3, Opening. Das ist so ein bisschen wie Tales of Musik. Keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich schon zehnmal daran vorbeigelaufen, oder? Sag's ja, ist ein Banger, Chat. Ist ein Banger. Das war ein Erlebnis. Lächerlich, guter Song. Und, dazu muss man sich ja noch das Video mit anschauen. Das Video ist ja auch super stark. Das Video ist auch noch stark. Das ist geil. Er zerstört einfach die Welt. Musik ist einfach Banger. Da ist er. Ich hab ihn. Aber ja, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Der Song und... ...dass das Spiel nicht so geil war. Und es kam bei uns nie raus. Auf geht's zum Boss. Nicht weiter runter gehen und das Item liegen lassen. Nicht weiter runter gehen, 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 Item liegen lassen. Nicht 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 runter gehen, Item liegen gelassen. Nicht runter gehen, Item liegen lassen. Nicht runter gehen, Item liegen lassen. Nicht item... So Wer schießt da Knochen? Ich hab irgend so nen Sack-Kopfsack dabei Ja, was wird das jetzt für nen Kampf-Chat? Ich kann's euch nicht, also auch wenn ich gerade ganz gut Damage mache Und auch viel Leben habe Ich mache Dogma viel zu selten, ne? Also Dogma ist, glaub ich, das größte Problem bei mir mal gewesen, oder? Seht ihr, ich mache ihn so selten, ich kann mich nicht mehr erinnern, was davon mein Problem immer war Dogma wird ein Two-Hit Ich werde ein Two-Hit Dogma will ja Dogshit Mich gefällt, wie du denkst Keiner, was heute mit mir los ist Ich denk, wir nehmen das in der Mitte, ne? Two-Hit Spiel mal hier Heldenring Du musst ein paar Skabadoo, äh, Skibbidi-Tiers einsammeln Dann bist du nicht mehr Two-Hit Wie konnte er nur die Savings pennen, halt wirklich Miese Sau Dieser Vater Meint ihr, der Vater ist auf Facebook? Oh Gott Die dumme Sau So ein Bänger-Song Bei mir ist alles okay, ich fühle gerade nur Gab mir Bock, sagt sie, wer es ist, ja? Aber spiel lieber andere Grandia-Teile Ich mein, du wirst es eh nie machen, aber Ich hab's gesagt Im Hintergrund streiten die Eltern, ja Isaac-Lore Nein, wir brauchen keine Isaac-Sommerpause Guck mal, ich bin zurück, wie ich noch nie da war Hab einmal angefangen, aber hab aus irgendeinem Grund damals nicht weitergespielt Den ersten Teil Ist ein bisschen grindy, aber grind ist geil Grindy grind macht Spaß Und das Kampfsystem ist cool Mit diesem Balken Das hat, kennt ihr Child of Light-Chat? Das ist von Grandia inspiriert Und die lieben bestimmt alle Child of Light, ne? Und das Kampfsystem ist davon inspiriert Was ist Child of Light? Ein Videospiel Das sind wir zehn Jahre alt, oder so Aber das ist auch so ein Kampfsystem, das auch so Rundenbasiert ist mit so einem Balken Wo du siehst Wer auf dem Balken wo ist Wann er dran ist Kannst ihn auf dem Balken corrupten Zurückziehen und sowas Proptosis? Proptosis mit C-Section, Leute? Risk of Rain kenn ich ja Und dieses Kampfsystem Damals gab's halt super viele JRPGs Und gibt's ja immer noch Aber das haben leider viel zu wenige gemacht Viele haben dann halt dann Im Grunde Dragon Quest und Final Fantasy Nachgeahmt Ich weiß nicht Wie weit Fliegen die dann auch nicht so weit? Ja, ich lass es lieber Ich mach gerade schon eigentlich Soliden Damage, ne? Wir brauchen nicht noch mehr Damage Und dann steht Geiles Kampfsystem Süße Charaktere Mit ner nicem Abenteuer-Story Ist geil Und Die Wie man dort Skills lernt und so Ist wie auch wie bei Skyrim Aber noch geiler Ja Noch geiler, Chat Das heißt Ja, wenn du die ganze Zeit Schwert benutzt Dann levelst du Schwert Wenn du die ganze Zeit Feuer benutzt Dann Levelst du dein Feuer Das Ding ist aber Du verbindest die dann Die ganzen Sachen Du hast dann Keine Ahnung Äh Der Charakter lernt zum Beispiel Einen Angriff Wenn seine Axt auf 12 ist Sein Bogen auf 3 ist Und sein Feuer ist auf 5 oder so Und dann lernt er eine neue Fähigkeit Und dann hast du ganz viele Hast halt Vier Elemente Die Elemente kannst du miteinander kombinieren Dann entstehen auch neue Fähigkeiten Feuer Feuer und Ähm Feuer und Erde wird zu Explosionen Äh Wasser und Erde wird zu Naturschaden Oder Naturheilung und so Ähm Feuer und Wind wird Blitz Und so ein Kram Gibt's Anthropomorphe Charaktere? Ja Das klingt sehr grindy Ja deshalb ja Also wenn du halt sowas wie Alle Skills dort haben willst Dann ist das sehr grindy Aber musst du halt theoretisch nicht Es gibt ein ganzes Volk Von Anthropomorfen Charakteren Oh HP Up Kein HP Up Hakelatz Du hast immer die geilen Furry Games parat Danke Aber die Furries kommen erst später Die kommen ja so ab der zweiten Hälfte des Spiels Mist Legendary HP Up Ja brauche ich nicht Meine kleinen Äh C-Section Babys Die regeln das Die machen das schon Und das hat das Kampfsystem mit Child of Light gemeinsam Das kenne ich nämlich ja Also Child of Light hat sich halt dran inspirieren lassen I guess Außer es gibt noch andere Spiele die so sind Aber ich kenne Ich habe viele JRPGs gespielt Und ich kenne kein Kampfsystem was so ist wie bei Grandia Wann benutze ich nochmal den Cracked Key Chat Jetzt schon ne Kennt jemand Kennt jemand Secondhand Lands Das kam mir vor wie ein Furry Game Secondhand Lands Nee das sind keine Furries Das sind echte Tiere Das sind ganz normale Tiere Oder Chad Es gibt da auch Furries Weil die sehen eigentlich ganz normal aus wie nur Ganz normale Tiere Ist das ein MMO? Junge das ist ja einfach Flyve Wieso ist das das UI von Flyve? Papa Bär Mama Bär Baby Bär Office Björn Okay Sagt mir gar nichts Aber Du als Furry empfiehlst es weiter Sagst du? Na You unlocked Samson Okay Spiele gäbe es wohl nicht mehr Wundert mich Wieso Okay Chad Fokus Ich habe einen Wurm bekommen Der wird gleich in der Lava brennen BDDDDDD Entferno Chaos Dankeschön Für 43 Monate Boah Da war ein Boss Wo ist er hin? Gerade eben war er noch hier Oh nein Mein Spiel ist abgestürzt Scheiße Im Bosskampf Oh nee es geht noch weiter Ja Super Rat No Das ist einfach Ich werde ich aber Ich werde es beятся Und ich werde es be genesen ist Ich werde es bin Ich werde es bilen Ich werde es abstract Beefy Blablabla Blablabla Brlbblb Wohohhh Löschung! ... ... Inhale screams. ... ... ... ... ... Okay, C-Section bei Beast ist ja komplett broken. Peinlich, dass du Holy Mantle verloren hast. Wir sind back, Chad! Isaac bleibt! Wir sind back, Chad!